Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, der Ministerpräsident bleibt im Saal. Ich möchte mich ja auch an Sie wenden. Ich denke, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, dass es unstrittig ist, dass Armut für den Einzelnen wie für die Gesellschaft unerträglich ist. Sie grenzt Betroffene aus und macht krank. Zudem birgt sie sozialen Sprengstoff in sich und beeinträchtigt das Wirtschaftsleben negativ. Darüber hinaus gefährdet sie die im Grundgesetz intendierte Demokratie. Wer das weiß, erkennt die Brisanz jüngster Analysen zur Armutsentwicklung in unserem Land. Was der Paritätische am 19. Dezember vergangenen Jahres und die Hans-Böckler-Stiftung am 11. Januar diesen Jahres zur Armutslage in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere die der Kinder veröffentlichte, ist alarmierend. Der Armutsatlas des Paritätischen stellt fest, Mecklenburg-Vorpommern ist das Flächenland mit der höchsten Armutsquote, 22,9%. Nach Jahren rückläufiger Armutsentwicklung steigt diese wieder an und das sprunghaft. Ein beträchtlicher Teil unseres Landes, nämlich die Kreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, bilden das Armenhaus der Bundesrepublik. Im traurigen Ranking der Region mit der höchsten Verarmung der Bevölkerung belegen diese beiden Kreise die Plätze 2 und 1. Übertroffen wird deren Armutsquote von 25,5 und 24,7% lediglich durch einzelne Brennpunkte der Armutsentwicklung in einigen Großstädten des Ruhrgebiets. Wir haben es hierzulande mit einem Phänomen zu tun, das ich kurz beschreiben möchte. Wir haben einerseits ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt zu verzeichnen und wir haben eine tendenziell sinkende Arbeitslosigkeit zu konstatieren und sinkende SGB-II-Quote. Aber im selben Moment müssen wir feststellen, dass wir es hierzulande mit einer wachsenden Armutsquote zu tun haben. Was bedeutet diese divergierende Entwicklung? Sie besagt, dass sich die Armutsentwicklung von wirtschaftlicher Prosperität getrennt hat. Sie besagt, dass die hier in Armut lebenden Menschen keinen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung haben. Und sie besagt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns schlicht und ergreifend von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelt sind. Im Übrigen ist es sehr aufschlussreich, sich einmal die Armutsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern über einen sehr langen Zeitraum anzuschauen. Während der Regierungsbeteiligung der Linken, damals noch PDS, war es gelungen, die Armutsquote drastisch zu senken. Heute, angesichts der Ergebnisse der Regierungstätigkeit von SPD und CDU, liegt die Armutsquote trotz eines Rückgangs der Arbeitslosenquote um fast zwei Drittel immer noch auf dem Niveau von vor acht Jahren. Ergo, es ist Ihnen nicht gelungen, Herr Renz, Armut zurückzudrängen. Und woran liegt das? Woran liegt das? Ja, es liegt, es liegt, es liegt an der simplen Tatsache, sehr geehrte Damen und Herren, unterbrechen Sie mich mal nicht, damit ich meinen Gedanken entwickeln kann, Herr Renz. Ja, es liegt an der simplen Tatsache, dass Armutsbekämpfung kein Schwerpunktthema Ihrer Regierungspolitik ist. In der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, deswegen bat ich ja, dass er hier im Raum bleibt, weil ich ihn gerne mal fragen würde, ob er sich noch an die Regierungserklärung aus dem Dezember 2011 erinnern kann, haben wir vergeblich nach dem Wort Armut gesucht oder Armutsbekämpfung. In der Regierungserklärung, die die Richtung für die gesamte Legislaturperiode darstellen sollte, ist dieses Thema nicht vorgekommen. Im Mecklenburg-Vorpommern, hinzu kommt noch, wenn man sich mal anschaut, in regelmäßigen Abständen vollziehen Sie ja so Popularitätsumfragen und fragen nach vorgestanzten Fragekriterien ab, wie die Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung in diesem Land einschätzen. Auch die Kategorie Armut oder Armutsentwicklung kommt bei diesen Abfragen überhaupt nicht vor. Der Mecklenburg-Vorpommern-Monitor 2013 erfragte bei der Bevölkerung Einschätzungen zum Tourismus, Einschätzungen darüber, wie sie das Erscheinungsbild der Dörfer betrachten. Und aber witzigerweise fragten sie die Menschen dieses Landes, welchen Ruf Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland habe, so als wüssten die Einheimischen, Herr Glawe, was Pfälzerinnen und Pfälzer, Schwaben und Hessen denken und empfinden. Welche Besorgnisse es hierzulande hinsichtlich der Armutsentwicklung gibt, welchen Stellenwert für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Armutsbekämpfung hat, das alles interessierte sie vorsorglich nicht. Allem Anschein nach meinen sie, der realen Armutssituation mit der Variation dreier Wege begegnen zu können. Ein erster Weg ist der der Ignoranz. Darüber hatte ich gerade gesprochen. Ein zweiter Weg ist durch ein Praktizieren der Politik nach der sogenannten Pferdeäpfel-Theorie. Sie hängt dem Irrglauben an, dass sich Armut am effektivsten vorbeugen lässt, indem man Reichtum vergrößert. Wer so denkt und handelt, verkennt, dass Armut nicht trotz Reichtum entsteht, sondern durch Reichtum. Und ein dritter Weg, in dem sie womöglich meinen, ihre politischen Schwerpunktsetzungen würden quasi automatisch zu mehr Wohlstand und Armutsbekämpfung führen. Beispielsweise im Bestreben, Gesundheitsland Nummer 1 zu werden. Weil es aber, Herr Glawe, weil es einen untrennbaren Zusammenhang, und den kennen Sie, zwischen Armut und Gesundheit gibt, liegt es auf der Hand, dass wir ohne eine offensive Politik zur Armutsbekämpfung niemals Gesundheitsland Nummer 1 werden können. Das müssten Sie doch wissen, Herr Glawe. Nach aktuellen Erkenntnissen, ich zitiere mal Professor Rosenbrock, der hat vergangenes Jahr November in Kiel darüber gesprochen, eben über diesen Zusammenhang von Armut und Lebenserwartung, hat er herausgearbeitet, dass die Lebenserwartung von Frauen und Männern, die in Armut leben, 8,4, statistisch im Durchschnitt, 8,4 und bei Männern 10,4 Jahre geringer ist als bei den Menschen, die in Wohlstand leben. Und wir Linken, Herr Glawe, verlangen eine offensive Politik der Armutsbekämpfung von Ihnen. Die reicht von Mindestlöhnen ohne Ausnahmen, Herr Glawe, über die Bekämpfung arbeitsmarktpolitischer Verwerfung bei Zeitarbeit bis zu prekärer Beschäftigung. Es geht um Programme für Langzeitarbeitslose, schwer vermittelbare, ebenso wie um die Bezahlung von Wohnen und Energie. Es geht also um eine konzertierte Aktion zur Armutsbekämpfung. Sie, Herr Glawe, Sie, Herr Sellering, Sie tragen Regierungsverantwortung. Bislang haben Sie auf diesem Gebiet versagt. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, Armut im Alter wächst schneller als Armut bei allen anderen sozialen Gruppen. Selbst wer ein Leben lang gearbeitet hat, ist vor Armut im Alter nicht sicher. Das ist das übereinstimmende Ergebnis von Wissenschaftlern. Ein Beispiel ist Frau Krüger aus meinem Wahlkreis. Von der Verwaltungsangestellten hat sie sich erfolgreich zur Buchhalterin qualifiziert. Sie hat 32 Beitragsjahre auf ihrem Rentenkonto. Für ihre drei Kinder erhält sie nach dem Koalitionsvertrag sechs Rentenpunkte. Sie erhält sechs und nicht neun Rentenpunkte, da sie ihre Kinder von 1992 geboren hat. Wenn ihr Arbeitgeber sie weiterhin beschäftigt, kann sie in fünf Jahren mit einer Altersrente von 840 Euro rechnen. Abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge verbleiben ihr 750 Euro zum Leben. Das übersteigt den Regelsatz der Grundsicherung. Berücksichtigt Frau Krüger, Miete und Heizkosten hat sie Anspruch auf Grundsicherung im Alter. Unabhängig davon, ob sie diesen Anspruch geltend machen wird, anhand von Frau Krüger wird deutlich, dass Armut im Alter längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wer nach der aktuellen Rentenstatistik in Mecklenburg-Vorpommern erstmals nach 45 Versicherungsjahren Rente bezieht, erhält im Durchschnitt als Mann 894 Euro und als Frau 754 Euro. Diese Bruttorenten schrumpfen nach dem Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen auf 798 bzw. 673 Euro. Der Fall von Frau Krüger ist demnach charakteristisch für die neuen Altersrentner. Nicht von ungefähr können wir schon wieder überlesen, dass Rentner dringend Arbeit suchen. Die wachsende Altersarmut lässt sich nicht länger leugnen. Wir von der Linkspartei waren davor seit Jahren. Mit den Maßnahmen des Koalitionsvertrages wird sie jedoch nicht einzudämmen sein. Denn eine Rente muss auch zum Leben reichen. Wir fordern deshalb, neben der schnellen Angleichung der Rentenberechnung Ost an West, wovon im Koalitionsvertrag für die nächsten vier Jahre trotz der vollmundigen Ankündigung unseres Ministerpräsidenten und der ehemaligen Sozialministerin nichts mehr zu finden ist, auch die Rückkehr zu lebensstandardsichernden Rente. Viele Renten liegen heute bereits unter der Armutsgrenze von derzeit 848 Euro. Die Ursachen liegen in der Arbeitswelt und in verfehlter Sozialpolitik. Ich nenne hier nur die Umstellung der Rentenberechnung vom Brutto auf den Nettolohnbezug, die Einführung der verschiedenen Minderungsfaktoren, den Wegfall der Ausbildungsanrechnung und die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Alles Eingriffe, die bei den neuen Rentnern die Zahlbeträge verringern. Diese Tendenz wird sich fortsetzen. Nach einem jetzt bekannt gewordenen Bericht aus dem Bundesarbeitsministerium werden die Zahlbeträge sogar noch schneller sinken als bisher angenommen. Dass Altersarmut zum Massenphänomen wird, ist auch den Eingriffen der Politik in die Beitragszahlung geschuldet. So wurden die Zahlungen aus dem Bereich der Arbeitslosen an die Rentenversicherung drastisch gekürzt. Für Langzeitarbeitslose sind sie ab dem Jahr 2011 ersatzlos gestrichen. Wer im Hartz-IV-Bezug ist, erhält also für diese Zeit keinen Cent Rente. Er oder sie muss nach dem 63. Geburtstag aber damit rechnen, vom Jobcenter in die Altersrente gedrängt zu werden. Das ist nach Einführung des § 12a SGB II gängige Praxis. Es entlastet die Sozialhilfe, ist aber volkswirtschaftlich ein Nullsummenspiel. Die Betroffenen zwingt es in eine Rente mit dauerhaft hohen Abschlägen und vermehrt so die Zahl der Armen im Alter. Das Ausmaß der Altersarmut kann für Mecklenburg-Vorpommern nur geschätzt werden. Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit steigt die Zahl der Arbeitslosen ab 55 Jahren. Und es wächst die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter. Um die Armut in unserem Land wirksam zu bekämpfen, brauchen wir detaillierte Zahlen über die Situation der Menschen, die in den nächsten Jahren Altersrentner werden. Wir brauchen den von meiner Fraktion schon mehrfach geforderten Armuts- und Reichtumsbericht für Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen eine kreative und initiativreiche Politik, die auch auf Bundesebene Rückgrat beweist. Die Landesregierung muss hier endlich tätig werden für Frau Krüger und die vielen anderen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, damit sich Armut im Alter nicht verfestigt. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss zugeben von der Rede von Frau Geil, bin ich etwas verwirrt. Deswegen möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, das muss ich alles nochmal hinterfragen. Zu Herrn Heidern, lieber Kollege Heidern, alles das, was Sie hier vorgestellt haben an Programm und Überlegungen, das ist alles ESF-finanziert, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht ausfinanziert. Das sind alles ungedeckte Schecks, aber damit kann man natürlich auch hier agieren, muss man es nochmal sagen. Liebe Frau Sozialministerin, ich glaube, mein Zwischenruf gestern, dass heute die Schonzeit vorbei ist, ist dann doch nicht ganz so falsch gewesen. Sie haben hier die Rentenpolitik der neuen Bundesregierung gelogt, da will ich nochmal darauf verweisen, was heute in der Ostsee-Zeitung zu lesen ist. Unter der Überschrift Kritik von der Küste an der Rente mit 63, die Reform tut nach Ansicht von Wirtschaft und Sozialverbänden nichts gegen Altersarmut und fördert nur den Fachkräftemangel. Die geplante Reform geht an den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vorbei. So die Widerspiegelung von Wirtschaftsverbänden und Sozialverbänden an den neuen Rentenplänen der Bundesregierung, die Sie hier so tapfer verteidigt haben. Zweitens habe ich festgestellt, dass Sie offensichtlich den gleichen Redenschreiber haben. Also alles das, was Sie zum Kieföck hier erzählt haben, das kam mir sehr bekannt vor. Das habe ich schon die ganze Zeit gehört von Ihrer Vorgängerin. Und da muss ich Ihnen dann leider sagen, dass die Situation vor Ort eine andere ist. Wir haben in unserem Jugendhilfe-Ausschuss nach langen Kämpfen die Betreuungsschlüssel geändert für die Kinder U3. Wir haben den Betreuungsschlüssel geändert für die Kinder U3 mit dem Ergebnis, dass die Elternbeiträge steigen und dass die Ausgaben für die Kommunen steigen. Von den Geldern, die Sie hier immer ins Spiel bringen, kommt bei den Eltern und bei den Kommunen nichts an. Das ist die Realität. Und deshalb, liebe Frau Ministerin, hören Sie auf, die Situation schön zu reden. Oder am besten fangen Sie gar nicht erst damit an. Dankeschön. 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 Dankeschön.